den außenposten hier erfolgreich eingenommen wo in außenposten war es gar nichts war hier so ein ja ist es richtig irgendwas feuer ein leuchtfeuer warum heißt das leuchtfeuer weil es leuchtet so ein mikro gerade noch mal richtig festmachen passt ich wollte mir jetzt den neuen bogen craften müsste eigentlich genug ressourcen haben jawohl den langen bogen ist zwar langsam vor sagt aber erhöhten schaden verbesserten zoom wie macht er macht fünf schaden feuerrat 5 und 9 sind die stats weniger schaden weniger genauigkeit aber höhere doppelte feuerrate du hast eine neue waffe freigeschaltet ja ich weiß schon wie das geht aber schon mal gab bei der keule okay ist der langen bogen er hat mal ordentlich zoom cool cool gefällt mir ist der normale gefällt mir der langen bogen ok irgendwas anders kann ich noch was anders noch neu bauen wenn ich schon dabei bin ich könnte mir ein keulen gürtel und den jäger gürtel immer alles machen keulen gürtel auch das leoparden fell jäger gürtel na die mammut haut hebe ich mir noch auf damit möchte ich ja sailor's hütte bauen dorf könnte ins dorf zurück sailor's hütte bauen seltene gegenstände das machen wir gleich mal als erstes belohnung für upgrade 2 was braucht er nordschwarz höhlenbärenfell gar nicht viel was da fehlt konnte ich das gleich noch mitmachen seltenes löwenfell wie der der in der tensais hütte und er braucht sie braucht südstein ich erhalte bonus xp für je zehn gerettete stammes angehörige ok ansonsten die grundsachen habe ich gemacht doppelbogen wenn ich tensais hütte baue sondern es braucht ein seltenes löwenfell streifenwolf fell für ihn die haben alle immer wünsche höhlenbären 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 höhlenbär aber das eine mache ich jetzt mal zuerst weil ich direkt ja am lager stehe und dann auch dann leicht wieder zurückreisen kann dann baue ich mal für sailor die hütte wenn ich die gamut heute schon habe ja ich lese den chat schon mache ich oft genug auch wenn ich nicht mal auf alles antworte neuer tag dürfte noch nicht angebrochen sein nope 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 passt ja trommel 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 so sailor neue hütte für dich die wirkt doch recht glücklich nahrungsrezepte für ultimative booster volle gesundheit selten ging schon im wohnungslager und 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 die mache ich so selten müssen wir eigentlich mal gucken ähm zwei gesundheit sechs gesundheit mit einem mal auffrischen nehme ich das mal als ne das wollte ich nicht essen ich wollte es als dings einstellen als standard was habe ich sonst noch weil ich das ja nie verwende blaublatt geschwindigkeits booster das sollte man eigentlich mal verwenden tiere feuer schaden abschließen ultimativer booster fährtentarnung feuerfest und geschwindigkeitsbooster okay und wie heißt der hat nicht meinen namen brauche ich eine seltene pflanzenwurzel und dann geht es aber rund die booster kann ich ruhig mal einsetzen na magst du mit mir reden na dann da brauche ich noch zeug vor allem süd zeug um die hütte abzugraden schade drum wir mieten hier einen hirsch na dann habe ich noch eine mission wie auch das mit dem der karush möchte mit mir reden na dann mache das doch mal kurz das braucht auch noch was das braucht nordton streifenwurzel ach jungs ihr habt immer ansprüche okay jetzt gibt es diese moog mission noch hier oben ich mache noch mal hier auf dem weg das war ja eigentlich ursprünglich der plan mit dem udamm wall ich mache noch mal schlafen natürlich nicht in meiner höhle lieber hier noch mal schlafen bin nämlich eine harte sau ist ja klar damit es früh am morgen ist wenn ich jetzt anfange wenn ich mich zu dem bollwerk aufmache ich muss noch mal kurz ins lager schauen gehst du mal weg danke ein dachsfels so geil so nordschwarzstein nordceder seltenes schiff ist alles da nicht so viel davon gekommen passt und ich möchte hier zu dem udamm zu dem bollwerk schwierigkeit sehr schwer da bin ich bereit bin ich gespannt so jetzt muss ich erst mal gucken dass wir uns hier ähm jetzt hier von dem berg runter kommen ohne mir die haxen hier zu brechen gehen wir einfach da lang ja hier macht der schnee nicht so viel aus oder sieht ganz entspannt aus passt so kurz gucken wenn ich unterwegs noch ein bisschen wenn ich so schnell rate aber sieht man das sonst leicht ohne die jägersicht ich will ein bisschen schauen dass ich ähm nordsteine und sowas mitnehme ein bisschen bogen um die machen kein bock auf kampf gerade wenn man rumläuft sieht man die so auch ganz gut ähm so nordstein nordton läuft hier kann ich auch wieder ein bisschen holz mitnehmen kann ich gar nicht mission voll okay ich schütze die venger gleich noch eine kleine nebenmission mach mal eben mal moin wo kommen Gegner von da so ich kann ihn mal rausnehmen was für ein Arschloch der hat auf meinen Tiger äh okay hier können wir uns nicht um den da hinten ist irgendwo einer da nice voll erwischt bin da auf bin in den Rücken geschossen von dem kümmert er sich schon ein bisschen Pfeile einsammeln von den ganzen Leichen ein anderes Zeug was wir möglicherweise dabei hatten gleich das Verbrennen beim Looten dann kommt die nächste Wave von da hinten sieht's aus da guckst du doof ist ihm egal Ränderirre ob es jetzt auf mich abgesehen au bin ein Fernkämpfer hallo das ist nicht okay die kämpften schön hinter ihren Barrikaden Augenblick okay du willst es auch wissen da ist noch einer das macht mal ein Tiger mal jawoll jawoll die sind stark einen von denen hast du leider erwischt naja kann ich den nochmal durchsuchen die machen ja einen Stress das ist bescheuert da kommt die nächste Truppe da habe ich erwischt dann kommt noch ein starker sauber was hast denn für eine so nein bin auch reingesprungen das Up-Timing genau springt immer sorry das ist unser Timing ein bisschen abstimmen dass ich schieße und du springst und wir es mal ein bisschen besser hinkriegen hier wie viele Angriffsstellen kommen denn hier noch leichtet sich langsam mal ouch bin ich vielleicht gerade am Tiere streicheln streichel da gerade die Muschi und dann wird es von so einem Typen angehauen ich glaube es hackt für den Nahkampf ist der Bogen jetzt tatsächlich nicht so gut wenn so viele kommen und ich mach mal ich finde mal ein Pfeil an so ouch jetzt brenne ich auch noch Augenblick ich bin gleich soweit kommen noch mal ganz schön viele Augenblick ich will es da nur anzünden da ist der nicht mal in Ruhe geht ihm völlig egal wenn er brennt der harten Sau ah wegrennen ok jetzt haben wir es alle geschafft ok die Kämpfe hier in dem Eisgebiet sind echt noch mal einiges härter meine Herren aber mit den Feuerpfeilen kann man den ganz gut auf die Pelle rücken erstmal alles wieder einsammeln was ich hier verschossen habe vielleicht hätten wir auch noch andere Sachen mit dabei Feuerstein haben die oft und manchmal auch ein paar besondere Sachen Tierfeld ja ist ja ok ich mag die auch nicht nein das wollte ich noch nicht noch ein paar Leichen plündern ist leider der gleiche Knopf Hartholz rot rot glatt so gerade die Anführer und die finde dann bestimmt noch mal ein paar besondere Sachen dabei so hier ist noch irgendwo eine Tasche ja ich gucke gerade noch mal was ich da oben mitnehme das lief da jetzt ganz ok ups grün platt nehmen wir auch mit so ok bisschen geplündert jetzt passt Pfeile bauen können wir mal wieder auf den langen Bogen wechseln wenn die nicht ganz so im Supertempo angerannt kommen gucken ob ich durch das ganze eingesammel was upgraden kann nochmal die fallen Stachelbombe mit dem guten Bienenschwarm wo mache ich das denn mit fallen trage ich mich im Waffenmenü ist das nicht Steinsplitter stelle ich mir mal einen her dann habe ich das mal Daxfell so witzig sehr lustig ich möchte erst noch skillen mit den Fallen Gegnermarkierung meine Keulen und Sperrtechnik ist da wohl 1A muss ich eigentlich gar nicht mehr skillen Frechheit Guck mal was ich hier noch so mitnehme Na dann was haben wir denn in der Nähe noch so zu tun Höhlenbär für irgendwas brauche ich doch den Höhlenbär Säbelzahn Braunbär irgendwas war doch mit dem Höhlenbär jetzt gucken wir noch mal kurz nach war es irgendein Dorf Upgrade Sailor Hütte schon perfekt Höhlenbärenfell für den Spinne für Vogas Hütte Bombentasche aus dem 3000 XP U-Damm-Fähigkeiten dann geht es aber richtig rund Doppelbogen da fehlt mir nur noch Südstelle in Südaarhorn das muss ich echt mal dringend machen aber dann machen wir als nächstes das 2 Höhlenbärenfelle hier so möglicherweise befinden die sich in Höhlen drin das hier das läuft da weg haben wir ein bisschen Ton oder Stein wieder das ist aber was da angeeiert kommt um die wegrennt so jetzt sind wir doch mitten in dem Gebiet für Höhlenbären jetzt müssen wir noch eine Höhle finden wir haben eine ganz schöne Sichtweite die Spinner immer weißt du was macht du das halt wenn der jetzt so doof rum eiert ich muss mir mal den Pfeil von dem anderen durchflug den total super ist so entspannend mit so einem Siebelstantiger rumzurennen der dann die Hälfte der Arbeit macht kann man schon mal äh kann man schon mal machen sieht ja lecker aus so wo ist denn jetzt hier mal so ein Höhlenbär kann ja wohl nicht so schwer sein ich muss irgendwo halt einen Höhleneingang finden alter was ist denn hier los der Großelch ist aber auch mal drauf wo ist denn der hin der Zoom ist zu groß das ist ein bisschen ätzend nice Kopfschuss mit dem Speer das brauchen wir nämlich auch noch mal ein bisschen du kannst dich ein bisschen satt futtern und ich glaube hier war ein Höhleneingang oder doch nicht eben gedacht dass hier schon reinginge brauche ich ja das Höhlenbärenfell nee wenn ich nicht zu weit weg bin vom Gebiet das sollte eigentlich noch okay sein wenn hier irgendwo mal ein Höhleneingang wäre vielleicht noch weiter unten oder hier hier auch nicht dann halt noch weiter runter bis an den Fuß des Berges so ein bisschen wenn wir schon dran vorbeilatschen muss ich noch ein Grünblatt mitnehmen das sieht interessant aus bin ich hier bis an den Fluss gerannt schon das hilft mir nicht so viel weiter muss ich doch eher hier so gucken zum Fluss wollte ich jetzt dann doch nicht kann ich so einfach dann hier mal ein paar Höhlenbären zu finden ohne Höhle Autsch wo ist denn mein Tiger hin wo ist der Elch der ist schon gestorben an den Wunden das passiert auch manchmal Arne da ist ok also immer noch auf der Suche nach einem Höhleneingang hier unten ist auch nur der Fluss wieder Ops so und den schicke ich weg ganz ruhig hier hier Köder 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 lecker 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 ein Schnee-Liopard oder der normaler Leopard nice nice ooooh ey was äh ich brauche mein eigener Säbelzahntiger mal weg komm mal wieder her komm mal wieder her werde ich von einem anderen Säbelzahntiger angegriffen geht's gleich rund so was kann denn der Leopard wo ist denn er überhaupt da markiert Tiere in einem kleinen das ist aber mal praktisch wenn ich mal Dachse jage der markiert Tiere das ist immer ganz cool dann kann er für mich au dann kann er für mich Dings markieren Höhlenbären komm Leo was ist denn los das ist nicht für ein Geschrei immer alter Verwalter die prügeln sich da gerade auch hier ist überall ein Stress immer sage ich euch ja dann halt nicht ich wollte schön eine reinzirren hat Leo jetzt schon umgebracht ich würde ja eigentlich eh nur Höhlenbären manchmal ich bin aber ein bisschen genervt von den anderen Kollegen hallo tut mir leid ich wollte überhaupt nichts machen aber ich würde mich hier gleich anfallen wie viele Leichen hier rumliegen alter Verwalter hier ging es richtig rund haben wir nochmal das so Leo soll nochmal ein paar Höhlenbären in der Nähe markieren wie wär's gut von Oros cool mit den Höhlenbären habe ich gerade nicht so viel Glück das dürfte ja nicht so eine Tageszeitgeschichte sein wie mit den Dachsen und so aber ich finde halt keine Höhle dann suche ich die woanders mal dann suche ich die dann doch woanders ich habe nämlich eh noch was zu tun eigentlich hier Dinge hier genau jetzt habe ich es geschafft das zu markieren großer Starbar-Bollwerk das gehe ich doch als nächstes an da habe ich mal wenigstens was zu tun von da